Ich muss wieder alles von vorne machen So, diesmal sind wir ein bisschen cleverer Daniel So, was können wir hier noch da reinpacken, die normalen Granaten haben wir C4 So, dann machen wir jetzt nochmal hier einen auf Das erwischt mich nicht wieder direkt So, das war es eigentlich klappt, oder was? So, das war es eigentlich So, das war es eigentlich Wie kann der denn nicht sterben? Willst du mich verarschen? Er stirbt nicht Er stirbt einfach nicht Es ist doch wohl ein scheiß Witz Ähm... Sprengpfeile Ich gehe jetzt einfach nicht auf den Nahkampf, ne? Bummel die einfach aus der Entfernung weg Fertig ist der Lack Mach das jetzt so lange, bis ich die Mistviecher tot habe Kann man hier sein, ne? Kann man hier sein, ne? Kann man hier sein, ne? Ich kriege jetzt eigentlich, ne? Ich kriege das gar nicht, ne? Das ist den scheiß Loot. Ich leg hier immer ständig welche um und die verrecken einfach nicht. Und das hört euch wieder nicht, ne? Löt'n Penner. Das ist Firelands heute. zack Das ist der Räudige, ne? Der hat ja übelst aus, Junge. Stimmt aber nicht. Kann er überhaupt sterben? Ich frag, immer so. Jetzt hat er es hinter sich. So, und für den Rest brauchen wir eigentlich keine Pfeile verschwenden, oder? Immer einfach die normalen. Und für den Rest brauchen wir eigentlich keine Pfeile. und wieder runter noch einer ohne fahrerschein da hinten habe ich doch noch ein paar sehe ich doch jungs das könnte doch so ein hässlicher sein der da hinten der sieht schon so komisch aus das ist doch wieder so ein hässlicher guck mal für dich nehme ich doch mal so ein schnittpfeil oh fuck na das war jetzt wieder unnötig hat geklappt jetzt hoffen wir mal dass keiner weiter ist endlich infiziert trophäen noch und nöcher die sind wahrscheinlich immer wieder nachgespawnt deswegen habe ich keine bekommen sind halt wirklich heudig das muss man schon mal sagen aber jetzt haben wir vielleicht mal wieder genug zeug zum upgraden aufpassen dass wir hier kein paket übersehen ich habe Bomber ok nicolas ich bin im kontrollraum ist der schalter nicolas der schalter funktioniert nicht es gibt noch eine andere option willst du es versuchen bringen wir es zu Ende weiter unten sollte es einen betriebsraum mit militärgeneratoren geben such nach einem aufzug vielleicht kannst du den schacht runter klettern eigentlich der u-bahn-schacht sind zu aktivieren müssen sie ein oder mehrere generatoren aktivieren die mit gekürztet sind und sich innerhalb des u-bahn-schacht befinden wenn ein stromwerk in der zone aktiviert wird ist dies nicht notwendig ok ja gut habe ich da natürlich wahrscheinlich nicht gemacht ne ausgerechnet da wo ich es brauche habe ich es nicht gemacht das war jetzt erstmal die eine knarre das waren militärische generatoren in der u-bahn zu suchen die tunnel waren offenbar perfekt für truppen bewegungen in der stadt vorher mussten sie aber die infizierten loswerden und dafür brauchten sie eine menge licht und deshalb auch eine menge sturm ja das bestimmt nicht total edifiziert da unten alles ne hm nur giftige dämpfe wenn ich das richtig sehe mensch schön haben hier irgendwelche normales aufgebaut ist klar ja werden immer mehr alter ist der hauptgenerator ok da hätte ich das energie umspannwerk jetzt hier schon aber ich hätte gedacht dass ich das da doch da es ist mit sehr beruhigend auch das geräusch neben mir es hat funktioniert die generatoren laufen dann waren meine infos wohl nicht nur eine schnappfantasie jetzt komm wieder nach oben ich hab ein paar bier kaltgestellt die warten genau wahrscheinlich so wie ich vorhin was zu saufen gekriegt hab ne der labert nur nämlich fernkampf war von beim perkuren da brauche ich ja nicht sagen wo wir da rein investieren ne mehr skill punkte ist kein nehm ich von hier aus darüber fahren oder weisen jetzt muss ich nach oben blöd und wer geht das trotzdem hier unten rein freiwillig ist der stocken luster hier ich nehme mal den schnellen weg nach oben nehm ich bin beeindruckt ehrlich ich hätte nicht geglaubt dass du da ganz runter gehst was ich anfange beende ich auch lewann hat er recht bist ein ganz schön zäher bastard was kann ich sonst noch für dich tun woher weißt du so viel über militärische anlagen ich bin barkeeper ein paar grie typen kamen hierher inkognito natürlich hohe militär ist die ein bisschen untertauchen wollten sogar wichtige minister für was auch immer nach ein paar großzügig eingeschenkten schnäpsen haben die alle angefangen geschichten zu erzählen von den u-bahn generatoren habe ich von so einem nervösen typ mit brille erfahren marke geschichtslehrer am ruhestand hemd bis oben zugeknöpft musste jemandem sein herz ausschütten später haben sie ihn wegen kriegsverbrechen gehängt wo kam diese chemie so sehr herren die ich da reingelaufen bin die wurde gemischt um die infektion sofort in die letzte phase zu katapultieren also die infizierten praktisch mit so einer art vorzeitiger alterung zu töten auf gesunde oder frisch gebissen wie uns beide sollte sie angeblich keine wirkung haben hat aber wohl nicht funktioniert also deshalb spielt mein biomarker verrückt wenn ich in die nähe komme ja aber das ist noch nicht das schlimmste daran das heißt das militär wusste wie tödlich das zeug tatsächlich war damit konnten sie uns kalt machen ein nach dem anderen warum das weiß nur der kernel aber der alte schweinehund verlässt seine festung nie aber wenn du wirklich die wahrheit über die gree wissen willst sie dich mal in ihren laboren um die sind über die ganze stadt verteilt himmel die schütze die da unten gelaufen sein muss dann muss los danke aiden mit deinen fähigkeiten findest du sicher genug zu tun hier aber pass auf so oft er dich einlässt danke fürs bild übrigens nach penner herunter 12 darüber dann mittlerweile drei quests abzugeben also nein eine eine anzunehmen es gibt so wenig schnach so wenig shit erst mal markieren wir die damit wir nämlich nicht wieder daran vorbeilaufen was ist das? ach da gehst du dann da hoch ok wo ist der oberen tunnel da? den nutzt doch keiner es ist wirklich richtig düster hier drinnen hä? warum ist das noch als darkzone gekennzeichnet? ja es ist wirklich düster aber wo ist das schnellreisepult hier? vorbeigelaufen ärgerlich piepen hä? ja was nein k k So. So, diesmal gehe ich den schnelleren Weg. Er ist jetzt die ganze Zeit durch die Gegend zu tingeln. Wo lang? Hier lang, ne? Oha! Du bist also der Pilger, von dem mir Albert erzählt hat und der uns dabei hilft, die Bibliothek der Menschheit wieder aufzubauen? Du musst dich, dass sie Thalia heißt. Albert ist ein wunderbarer Mann. Ich hoffe nur, dass andere seine Arbeit würdigen werden. Wir sind nicht mitten in der Renaissance, weißt du? Nur wenige Menschen lesen. Wie ist das mit dir? Was soll mit mir sein? Liest du? Wenn ich dazu komme, nicht oft. Dann sag mir mal, was du denkst. Die Bibel oder Hans Christian Andersens Märchen? Was ist deiner Meinung nach ein besseres Handbuch über das menschliche Verhalten? Auf jeden Fall Märchen. Sie haben keine Agenda wie manches religiöse Geschwätz. Ja, aber vergiss nicht, wie die Bibel die Welt um uns herum geprägt hat. Zum Guten oder zum Schlechten. Sie hat großen Einfluss. Ich muss jetzt mit Albert reden. Vielleicht reden wir später weiter. Apropos, hier sind die Fundorte weiterer Bücher. Warum nur hab ich das vorhin nicht gesehen? Machen wir alles mal so nebenbei. Entscheiden sie sich, mit welchem Medikament sie heute behandeln wollen. Ach, ich kann mich auch noch entscheiden. Das ist ja ein Träumchen. Gucken wir mal, wir haben ja mal ein bisschen was eingesammelt, ne? Gucken wir doch mal, ob wir hier was upgraden können. Oh ja. Hm. Macht das überhaupt Sinn? Hab ich überhaupt was anderes geskillt, außer dieser... Der Griff war auch halt super geil, die Idee, ne? Weil ich so wenig Waffen hab, die einen Griff Mod haben. Spitz kann man auf jeden Fall überall anwenden. Töller? Ich habe geweint, als in der Stadt die Lichter anging. So, ich kann mich jetzt entscheiden. Schreiben. Gleich nach dem Liefen setzen sie ihre Herzen in der Wege. Verstand. Wer zählt nicht mal die Klappen? Der hat nicht ganz durchsteckt. Verteidig von Dienen. Verteidig von Dienen. Hey. Hast du den Quartiermeister irgendwo gesehen? Ja. NachfolgerInnen. Nee. Ja. Wer weiß zuerst den Fraß? Er oder der Schlechter? Wie geht's dem Patienten? Er kommt langsam zu sich. Vielen Dank für deine Hilfe. Du kannst gehen. Warte. Was geht hier vor? Du bist zu dieser Hexe gegangen, stimmt's? Dieser Margaret! Hexe? Eine Hexe. Hexe. Ich habe keine Hexe gesehen. So etwas wie Hexen gibt es nicht. Das ist Aberglaube. Aberglaube oder nicht. Hexerei ist strafbar. Bitte. Beruhigt euch wieder. Was ist los? Wir verlieren ihn. Aiden, wir verlieren ihn. Gib mir die Kräuter. Ich verbiete es. Ich lasse kein Hexengift an meinen Mann. Ich kann ihm eine Injektion geben, um ihn zu stabilisieren. Aber das wird nicht lange halten. Weiß sie, für wen dieser Arznei ist? Sie hat seine Männer auf dem Gewissen. Dafür hätte sie hängen sollen, aber Jack Matt befall Ata, ihr die Augen auszubrennen. Was? Hast du es ihr gesagt? Sie hat dir Gift gegeben, das garantiere ich dir. Aiden, gib mir die Kräuter, verdammt. Wie geht es ihm? Offensichtlich war die Arznei so effektiv, wie ich gehofft hatte. Er ist tot. Er braucht Ruhe. Wir sollten ihn alle zufrieden lassen. Ich bleibe in der Nähe. Hätt ich ihm auch die Großen geben können. Heftig. Du hast Margaret offenbar richtig eingeschätzt. Sie wollte ihn doch nicht vergiften. Ja. Sieht so aus. Was wird jetzt aus ihm? Wenn alles gut verläuft, ist er bald wieder bei Bewusstsein. Und dann finden wir heraus, wer ihm das angetan hat. Das haben wir dir zu verdanken. Haha. Sieht so nicht aus wie ein Haufen Hackfleisch. Das ist ehrlich, Leute. So. Ähm. Von hier. Dahin. 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 Und dann. Könnten wir wieder zurückfahren. Ich kann. Ich kann direkt von hier schnell reisen. Ich hätte gar nicht runter gehen müssen. Ach lol. Okay. Geht das auch hier? Ach komm. Kannst du nicht ausdenken. Das macht es ja dann einfacher. Aber es ist wesentlich einfacher. Oha. Da können wir theoretisch auch erst hier hin reisen. Dahin. 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 Dahin! Das macht ja mehr Sinn. Easy. Was sagt mir denn keiner? Aiden. Matt? Was gibt´s? Ich wollte Ihnen danken, ganz offiziell. Aether ist wieder auf den Beinen. Wenn Sie nicht gewesen wären, läge er immer noch im Koma. Oder noch schlimmer. Ich bin froh, dass es ihm besser geht. Ich auch. Nur er weiß, was in Old Villador passiert ist. Und dank Ihnen. Wer da... Ich es bald wissen. Ende. Ja, ne? Gerne doch. Irgendwas sagt mir, dass es richtig hässlich wird, hier die Bücher zu suchen.